Nicht nur Texte erzählen Geschichten, auch Objekte tun das. Sie erzählen uns von den Interessen und Glaubensfragen der Menschen, die sie kreiert oder erworben, die sie verehrt oder gesammelt haben. Und sie zeigen uns auch, wie vernetzt die Welt schon lange war. Globalisierung ist durchaus nicht nur ein modernes Phänomen. Anhand der Geschichten von vier Objekten sehen wir, dass Handelswege weit entfernte Regionen zu Land und zu Wasser schon sehr viel länger verbinden, als man das oft glauben möchte. Bei unserem ersten Objekt handelt es sich um aufwendig und filigran hergestellte Gefäße aus weichem Gestein, sogenannte Softstone-Vessels, die vor etwa 4.500 Jahren hergestellt wurden und einen wichtigen Indikator für frühe Handelsverbindungen darstellen. Generell können bereits vor rund 4.500 Jahren anhand von zeitintensiv angefertigten Objekten, wie eben solchen Steingefäßen oder Schmuckobjekten, erstmals weitreichende Handelsnetzwerke nachgewiesen werden, die von der Ägäis bis ins heutige Indien reichten. Zur Erforschung dieser frühen Netzwerke finden seit 2019 Ausgrabungen des Österreichischen Archäologischen Instituts in enger Zusammenarbeit mit der Archäologischen Behörde am Fundort Kalbar in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Bei diesem Fundort, nämlich Kalbar, handelt es sich um einen Küstenfundort am Golf von Oman, der in ein ausgedehntes Kommunikations- und Handelsnetzwerk eingebunden war. Neben den Landwegen scheinen in diesem Netzwerk besonders die maritimen Wasserwege eine wichtige Funktion eingenommen zu haben. Dies belegen zahlreiche Fundorte an bedeutenden Knotenpunkten von möglichen Routen, in denen sich unter anderem Objekte aus Rohmaterial von weit entfernten Lagerstätten finden. In Kalbar nun sind insbesondere Steingefäße und Silex-Artefakte, also Objekte aus Horn oder Feuerstein von besonderer Bedeutung, da sie vermutlich vor Ort hergestellt wurden. Steingefäße der Frühbronzezeit sind, wie sie auch in Kalbar gefunden wurden, sehr weit verbreitet und anhand ihrer typischen Dekoration vielversprechend für die Erforschung früher Netzwerke. Dies belegen Funde aus der Golfregion und den angrenzenden Gebieten, wie zum Beispiel Mesopotamien oder dem Iran. Neben Steingefäßen eignen sich hierfür auch Objekte aus Silex, also Horn oder Feuerstein besonders gut, um Bezugssysteme von Gesteinsrohstoffen zu erkennen und zu verstehen. Hierzu werden archäologische Artefakte und geologische Proben von potenziellen Lagerstätten mikroskopisch und geochemisch analysiert. Die ersten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Gesteinsrohstoffe aus etwa 50 Kilometer entfernten Lagerstätten im Landesinneren in die Siedlung von Kalbar gelangten. Zwar sind die Forschungen in Kalbar noch lang nicht abgeschlossen, die Ergebnisse der ersten Untersuchungen deuten jedoch bereits jetzt an, dass die Siedlung eine Schnittstelle zwischen maritimen Handelsnetzwerken und Karawanenrouten ins Landesinnere vor etwa 4.500 Jahren war. Doch nicht nur wertvolle Rohstoffe und Waren wurden über einst wichtige Handelsrouten bewegt. Im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung verbreiteten sich auch Glaubensformen aus dem indischen Subkontinent, sowohl über das Gebirgssystem des Himalaya bis nach Zentral- und Ostasien, sowie auch über maritine Netzwerke bis nach Südostasien. Dieses Objekt hier aus dem Kathmandu-Tal in Nepal steht für eine dieser Glaubensformen, die ab Mitte des ersten Jahrtausends viel Anklang fand und sich entlang dieser Netzwerke erfolgreich verbreitete. Es handelt sich dabei um ein frühhinduistisches Kultobjekt aus Stein aus dem 5. Jahrhundert, das den indischen Gott Shiva repräsentiert und Shiva-Linga genannt wird. Shiva wird bis heute verehrt und die vielseitige Mythologie über ihn zeugt von einem komplexen Charakter, der viele Gegensätze in einer Gottheit vereint. So steht er gleichzeitig für Güte und Zorn, Enthaltung und sexuelle Energie, Schöpfung und Zerstörung. Mit all seiner kosmischen Macht soll er seinen Anhängen, ihre tiefsten Wünsche erfüllen und auch Erlösung vom Wiedergeburtszirkel, dem Samsara, gewähren. Unser Exemplar hier wurde in den 1980ern beim Hausbau in der Nähe von Paschopati in Kathmandu-Tal einen der wichtigsten Shiva-Tempel gefunden. Am Sockel ist eine Sanskrit-Inschrift eingraviert, die uns erzählt, dass ein Händler namens Vimalasanga im Jahr 458 diesen Shiva-Linga errichten ließ. Er erwähnt hier auch seine Motivationen und Hoffnungen in diesem Akt. An diesem Ort habe ich, Vimalasanga, Sohn des Anführers der reisenden Händler, den Herrn Shiva errichtet, aus Angst vor der Wiedergeburt und damit der Verdienst dieser Tat mich von dreifaltigen Leiden erlösen möge. Möge dieser Verdienst außerdem auch dem König und der ganzen Welt zugutekommen. Aus den alten Quellen wird ersichtlich, dass es besonders wichtig war, dass solche Kultobjekte, die übrigens auch von Frauen gestiftet werden konnten, regelmäßig mit Blumen, Düften und Weihrauch verehrt wurden. An der Form des Sockels sieht man, dass damals wie heute das Kultobjekt auch mit Flüssigkeiten übergossen wurde. Um sicherzugehen, dass immer Mittel der Verehrung zur Verfügung standen, schenkte Vimalasanga auch ein Stück Land an den Gott im Kultobjekt. Denn wird ein Gott im Kultobjekt nicht mehr verehrt oder gar schlecht behandelt, dann droht schlimmes Unheil. Deswegen hat wohl auch der Besitzer des Grundstücks, in dem der Shivalinga gefunden wurde, nach dem Fund sofort diesen kleinen Schrein bei seinem Haus errichtet und eine Priesterfamilie beauftragt, sich täglich um die Verehrung zu kümmern. Es ist sicherlich kein Zufall, dass diese Shivalinga vom Vimalasanga einst in der Nähe des Shiva-Tempels Spashopati errichtet wurde. Dieser Ort gilt als besonders heilig. Bis heute bringen Menschen ihre Verwandten in ihren letzten Stunden oder zur Verbrennung zum Tempel, damit sie dort Befreiung erlangen mögen. Auch an vielen anderen Orten, die Shiva geweiht sind, errichteten Gläubige im ersten Jahrtausend vermehrt solche Shivalingas. Zum Beispiel in Varanasi in Indien, sowie auch in Angkor in Kambodscha oder auf Java in Indonesien. Dieser Brauch hat sich somit weit über die Grenzen Indiens entlang der Knotenpunkte wichtiger Handelsnetzwerke verbreitet. Am sogenannten Kreuzerhöhungssonntag, das heißt am ersten Sonntag nach dem 14. September, dem Fest der Erhöhung des Heiligen Kreuzes, wird in der Stiftskirche zu Lilienfeld vor dem Volksaltar ein Reliquienkreuz ausgestellt. Dieses Kreuz hat eine lange Geschichte zu erzählen. Man würde heute den Babenberger Leopold VI. von der Nachwelt der Glorreiche genannt, Herzog von Österreich und Steiermark als international vernetzt bezeichnen. Sein Vater wollte ihn mit der Tochter des byzantinischen Herrschers von Zypern vermählen. Diese Pläne zerschlugen sich zwar, doch im Jahr 1203 heiratete Leopold dennoch eine Byzantinerin namens Theodora, eine Griechin, wie die Quellen berichten. Hochzeit wurde in Wien gefeiert, prunkvoll unter der Anwesenheit vieler Fürsten. Sieben Kinder wurden dem Herzogspaar geboren, darunter Friedrich, genannt der Streitbare, mit dem im Jahr 1246 die männliche Linie der Babenberger ausstarb. Sehr bald fasste der fromme Leopold VI. den Entschluss, einen Kreuzzug zu unternehmen. Er wollte sich zunächst aber nicht einem kaiserlichen Unternehmen anschließen, sondern selbst mit einem Heer aus österreichischen und steirischen Rittern ins Heilige Land aufbrechen. Im Jahr 1217 sammelt Leopold in dem von ihm gegründeten Kloster Lilienfeld ein Heer um sich. Zunächst begibt sich dieses auf dem Seeweg nach Akon. Eine Quelle berichtet, dass der Patriarch von Jerusalem in einer Prozession eine Reliquie vom Kreuz Christi zum Lager bei Akon gebracht habe. Leopold VI. und der ungarische König seien der Prozession mit bloßen Füßen entgegengegangen und hätten das heilbringende Kreuzesholz geküsst. Tatsächlich ist das Unternehmen zunächst eher eine Pilgerfahrt als ein Kreuzzug. Für den ungarischen König entpuppt sich die Suche nach Reliquien im heiligen Land sogar als Hauptgrund der Reise. Um dem Aufenthalt im heiligen Land doch noch den Anstrich eines Kreuzzuges zu verleihen, wurde 1218 Damiet auf arabisch Dumjat, eine strategisch bedeutende Stadt im Nil-Delta angegriffen. Doch erst nach verlustreichen Kämpfen kann die Stadt eingenommen werden. Doch da war Leopold VI. schon in der Heimat, nachdem er über Rom zurückgereist war. Nicht nur der ungarische König brachte Reliquien Souvenirs vom heiligen Land nach Hause, sondern auch der österreichische Herzog. Eines dieser Objekte ist die im Zisterzienser Stift Lilienfeld aufbewahrte Reliquie vom Kreuz Christi, die sich heute in einem prächtigen Reliquiar aus dem Jahr 1882 befindet. Mit dieser Reliquie, die offenbar vom Sultan in Damiet selbst übergeben wurde, wollte Leopold nicht nur sein Kloster mit einer Kostbarkeit schmücken, sondern auch die Bedeutung der Mönchsgemeinschaft untermauern. Als Leopold VI. im Jahr 1230 starb, waren er und die Kreuzpartikel wieder vereinigt, dass sowohl sein Grab als auch der damalige Aufbewahrungsrat der Reliquie im Bereich des Presbyteriums der Kirche zu verorten sind. Die Geschichte des Teils vom Kreuz Christi war damit aber noch nicht fertig geschrieben. Wie heute zu sehen ist, fehlt ein Teil des unteren Querbalkens des Kreuzes. In der Zeit Maria Theresias war dieser Teil abgetrennt und wie eine Quelle berichtet, Behufsausbreitung der Kreuzverehrung an verschiedene Kirchen hinausgegeben worden. Wo sich dieser Teil jetzt befindet, ist unbekannt. Was Sie hier sehen, ist ein malaysischer Palmblattfächer aus dem 16. Jahrhundert, der heute zu den Beständen des Museums in Schloss Ambras in Tirol gehört. Wenn es um die Frage nach der Herkunft solcher kostbaren Gegenstände im Museum geht, denkt man wohl zuerst an Männer. Denn Männer waren es, die als abenteuerlustige Entdecker, als wagemutige Kaufleute oder, wie im Fall der Nilienfelder Reliquie, als ritterliche Fürsten die Welt bereisten und Gegenstände von diesen Reisen mitbrachten. Zwar fällt es oft schwer, für so alte museale Objekte zu ermitteln, wie genau sie nach Europa kamen. In unserem Fall ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass weder Entdecker noch Könige dafür verantwortlich waren, dass das Ding nach Europa gelangte, sondern zwei Frauen. Dabei handelte es sich um Erzherzogin Maria, die bis zu ihrem Tod 1608 in Graz lebte, und um ihre Tochter Margarete, die ab 1599 Königin von Spanien war. Erzherzogin Maria war eine Sammlerin, die stets an kuriosen, kostbaren Dingen interessiert war. Dieses Interesse war sicher beeinflusst von ihrem Vater, Herzog Albrecht von Bayern, hatte in München den Grundstein gelegt für die bis heute berühmten Sammlungen der bayerischen Residenz. Seine Tochter war dann nach ihrer Eheschließung 1571 in Graz an der Entstehung einer Sammlung beteiligt, wobei sie sich insbesondere für exotische Tiere wie Papageien und Affen und deren Abbildungen interessierte, aber auch für Lackarbeiten aus Japan und Edelsteine aus Peru. Hintergrund für diesen Sammeleifer waren bei Maria wie bei ihrem Vater die weltweiten Reisen und Eroberungen der Europäer im 16. Jahrhundert. Dass diese die Neugier der Zeitgenossen weckten, belegen zahlreiche gedruckte Berichte über diese Reisen, ebenso wie die Übermittlung und Aufbewahrung von Objekten der verschiedensten Art. Solche Artefakte, die durch Entdeckungsreisen nach Nord- und Südamerika, Afrika oder Ostasien bekannt wurden, sammelte man auch und gerade an den fürstlichen Höfen, wo Fürstinnen und Fürsten ihre Schätze in sogenannten Kunst- und Wunderkammern präsentierten. Diese seltenen Objekte mit der Aura von Geheimnis- und Wundertätigkeit ausgestattet befriedigten einerseits die angesprochene Neugier. Sie waren andererseits aber auch Teil fürstlicher Repräsentation, denn die teuren Objekte zeugten sowohl von der Finanzkraft wie von der standesgemäßen Bildung ihrer Besitzer und Besitzerinnen. Nachdem ihre Tochter 1599 König Philipp III. von Spanien geheiratet hatte, wurde der Zugriff von Erzherzungen Maria auf solche Artefakte einfacher, denn das spanische Königshaus beherrschte um 1600 nicht nur die ganze iberische Halbinsel, sondern auch weite Gebiete in Lateinamerika und im Pazifikraum. Jedes Jahr sendete Königin Margarete nun solche als Geschenk an ihre Mutter. Das belegen zahlreiche Listen und eine bis heute überlieferte Aufstellung verzeichnet denn auch seltsame Wadeln von Palma, also Palmblattfächer, die in Lackschachteln aus Madrid übersendet worden waren. Auf der Rückseite des Blattes vermerkte die Erzherzungen eigenhändig Verzeichnungs der Sachen aus Indien. Damit benutzte sie die zeitgenössische Bezeichnung für viele asiatische Länder, die Länder jenseits des Ozeans. Es lässt sich damit ziemlich sicher sagen, dass Neugier und Repräsentationsinteresse der Erzherzogin ausschlaggebend für die Reise des Fächers waren. Er wird zunächst auf der um 1600 schon rege befahrenen Handelsroute von Ostasien um das Kap der guten Hoffnung nach Sevilla gereist sein. Von dort oder von einem der anderen großen Häfen der iberischen Halbinsel wurde er über Land nach Madrid transportiert, wo die Königin von Spanien die Geschenke für ihre Mutter in Graz auswählte. Dann erfolgte der Transport der kostbaren Ware zum Mittelmeer und dann übers Meer nach Savona oder Genua. Schließlich ging es dann über Land, über die Berge bis nach Graz, wo die Erzherzogin die Geschenke zweifellos mit Spannung erwartete. So sehen wir, wie über tausende von Jahren die Reisenden auf diesen Handelswegen zu Mittlern von Waren ebenso wie von Ideen wurden. Dabei waren es nicht immer nur Männer, sondern auch Frauen, von denen die Initiative für den Transfer von Gütern als Luxusware oder als Gegenstand von Neugier und Faszination ausging, auch wenn das in der musealen Präsentation ebenso wie in der Forschung lange nicht berücksichtigt wurde. Was mit dem Ding aus einer anderen Kultur geschah, war dann nicht zuletzt vom Kontext seiner Überlieferung abhängig. Es konnte als wertvolles Handelsgut und Werkzeug genutzt werden, es konnte Gegenstand der Verehrung werden oder Zeichen von Bildung und Reichtum. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020